Hallo Leute, kurz eine neue Folge von Tafel in PLL. Heute wieder in Dunkelnwald. Ich habe mir gerade eingeguckt, was hier am YouTube-Studio hier ist. Hier, Return Views in 48 Stunden, bekomme ich 9 Views. Vlogs haben sehr viele Aufrufe und Meinungsungen, Clash Royale, Naja Mittel. Also, in den letzten 20 Tagen habe ich 9 Views bekommen und die nächsten Dinge, ja. Ähm, das, also ich habe nur Arbeitenden leider. Und das ist aber das, äh, das Video hier, das ist Identified Video. Also, man müsste es vielleicht schon mal Boltzibreiter. Äh, also Boltzibreiter gefällt euch gut. Ich muss schon sagen. Dann kommen Clash Royale und das Spielspiel. Äh, ja. Ja, halt, äh, Waltzstein. Also, ja. Wildturb, also Discovery. So, Graphics und so. Also, ja. Und ich frag mich wirklich, warum ich keine Abonnenten habe. Weil, auf diesen Allkanal hier, äh, hab ich 6 Abonnenten. Oh shit. Also, halt mal, ich guck mal, was... Äh, das Video hat, äh, was ich auch für die Likes? Mit mir Likes? Wie viele Likes hat das Video? Wie viele Likes hat das Video? Wie viele Likes hat das Video? Wie viele Likes hat das Likes? Wie viele Likes hat das Likes? Fink dich? Jan Popko. Wieso fink du willst Jan Popko? Ja Jan Popko. Hallo. Wie viele Likes hat das Video? Ah, was ich will, ist hier Popko? Haha. Das Video hat, wie, hat... ...Yet mein, 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 mein... ...Hattest überhaupt... ...Halt, nicht ganz... ...Hattest, Kommentare, hä? Okay, wo ist deine, mache ich mal, mach's egal. Äh... Ach, Böne, schutzed, äh... Die Scheiße habe ich jetzt, was ich gepriegt habe. Jetzt, sag ich euch, äh... Ein gutes Text, wieder kräft' mir an. hier ist der Kiel ich zeig euch jetzt die Wiederholung hier ist der Kielstück ist wirklich ok also das sind halt Babydrache, Tesla, Tubstone, Mogies, Koboldfass und auch noch was anderes heißt Schwerprobäule und so ich zeig euch das ist das Deck aber ist das Deck und BAMBAR aber es ist dann Kaiserschein wenn ich das ist es ist das ist das ist und halt ja ich ist das prinz dann hast du die Babel nach und danach Kohlfass das gilt mir nicht, aber ich mach mir schade bei Kohlfass und bei Babel nach sogar sehr für schade, denn du hast noch 84 Legos und beinahe hat noch fast voll also ja, ich zeig dir die Daumen nach oben und er tut halt gar nichts, fast gar nichts das ist der Riesen, dass sich Tesla um das Gerät zu stören um das Gerät zu stören, dass er die Wucht und danach einem anderen Riesen und sich die Sperrkübeule um das Riesen zu stören und dann ist es Baby Drache um seine Minions zu stören und dann noch ja, ist es noch ein Kobelfass oder ja, ein Kobelfass, das gibt mir gar nichts dann hol ich mir den Ton halt und dann hab ich einen Top dann ist er belohnt, ich verteidige das mit den Dobsdauer, die Tesla, die Bogies und die Sperrkübeule und dann ist er gesperrkübeule und das war jetzt gut verteidigt weil er hat fast geschehen, dass er mit dem Ballon darf er diese und es gab nur mehr und danach und dann halt mit dem Spiel vom L ACC games es ist gut empfehlen dass die betrachten und stunden das sind das schon die prognienste und und das ist das und die dritte das das war das war das war der die 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 wiederholung jetzt die jetzt hat keiner von uns 6 heute habe ich noch so ein Leben das kommt hin schaden und bis zum malen diese machen wir wollen sie zu tun das ist ein wie sagt Prozent 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 weil ich über das Prozent Da ist natürlich Muski und dann auch hier ist der halt Koopas, aber es ist mir egal, wer sich verdobt, ich scheiß einfach drauf, weil Yuno und ja. Na gut, dann kommen halt so ein paar Kürlern, das ist von Preis, das ist der eine Fernkirche, ich sehe, dass die Musik und da ist das Kürlern, ja, und das, ich sehe, was ist das, was ist das, was ist das, was ich jetzt. Okay, dann, äh, das Deckenstabste, Peter, Knall, Magier, Baban, Prinz, Wiese, Musketeen, Hexen, weil ich hab, nein, kann, sind sehr low, muss ich sagen. Und danach, wir sehen uns gleich, äh, ne, die Stecki ist übelst op. Okay, äh, ja, wieso ist man da wiederholen? Ich komme zurück und hier ist die Wiederholung, die Stecki einfach bohriger. Was man dabei für ein Kumpo machen kann, oh fuck. Ich sitze im Busketeen, er sitzt, äh, er hat nur Zauber, das ist das Problem, als ich es gewonnen habe. Er hat nur Zauber, und es setzt sich aus wie diese Pfeile, wo ich eigentlich nur diese sitzen sollte, wollte. Und dann, halt, weil er nur Zauber hat, macht das gar nichts. Und ich habe seinen Turm. Und dann, halt, jetzt, ich mach Türo. Er sitzt Tornado, dann noch der Tornado. Und Feuerball. Aber, ich habe ihn wirklich vor allem mal so, du... Ich wollte die nur Rage, das ist nicht nix. Das ist nichts, den noch... Ja, auch so bei den Türen. Und, ja... Gern gibt es Kampi, aber... Ich gehe ab, damit es Kampi ist, dass ich halt nicht mehr so. Aber ich habe gar nichts mehr hier. Nichts, die Kampi, die Kampi, die Kampi, die Kampi. Und dann, ich gehe schiepflüge. Ja, die Kampi ist halt nicht so, es ist halt nicht so. Doch, wo, wo, wo? Ja. Okay, und, ja, es war halt den Dix. ich würde euch am meisten diese geempfehlen wäre okay und ja, wir sehen uns im nächsten Video Tschüss